Der Geist in Heyday ist wieder zurück und zwar hier im Angelbereich und ihr müsst den eigentlich nur hier immer oben links in der Ecke suchen, dann könnt ihr den direkt immer finden, aber immer zu gewissen Uhrzeiten und auch nur einmal am Tag. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel hier, das sind die Uhrzeiten, wann der Geist immer im Angelbereich ist und zwar sieht man jetzt hier 9. Oktober, 14. Oktober, 19. 24. 30. das hier direkt hintereinander geschrieben und dann immer an den Uhrzeiten. Und das ist jetzt hier der Start, der hat gestern angefangen, nämlich zwischen 12 und 13 Uhr, da ging es los und dann war der gestern schon zwischen 17 und 18 Uhr und ich nehme gerade das Video auf zwischen 22 und 23 Uhr und da ist dann der Geist da und dann könnt ihr den einfach nur fangen, draufklicken und die Belohnung annehmen. Und wie gesagt, der ist halt immer hier oben links und dann könnt ihr den einfach einsammeln. Ein weiteres Beispiel gebe ich euch mal, zum Beispiel am 20. Oktober, das ist jetzt hier in der zweiten Zeile, dann ist er immer da zwischen 3 und 4 Uhr, 8 bis 9, 13, 14, 18 bis 19 und 23 bis 12 Uhr. Und zwar nur einmal am Tag, aber immer dann auch nur für eine Stunde und dann einfach draufklicken und ihr kriegt die Belohnung und zack, ich kriege jetzt hier einen TNT-Fass, auch ganz nett und das ist der Geist im Angelbereich. Ich hoffe, ihr könnt ihn fangen, lasst mal gerne euer Feedback da zu dem Geist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zusehen Leute, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, ciao.